Sie sehen Ihren Urgroßvater, er verfolgt Sie, aber warum folgen ihm immer diese anderen Männer? Jetzt habe ich alle Dokumente für die Namensänderung. Scheid-Kerl-Hol ist Nachname. Ich will das Wort Scheid raus haben. Sie haben meinen Urgroßvater in eine Taste verwandelt. Bahorek spielt eigentlich mein biografisches Leben wie so Avatar von mir. Dieser Albtraum, dieser Mertura, dieser Schahid, er erfolgt mich. Seine Kumpel auch. Du bleibst immer hier ein Flüchtling, auch mit neuem Namen. Sie müssen sich einfach mit Ihrem Schicksal abfinden. Lassen Sie Ihre Vergangenheit hinter sich. Diese Männer und ihre Geschichten sind mir scheißegal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020